Buenos Streets, ja. Komm her, Buenos Streets. Zeig mir dann die Strada. Alter, was geht denn jetzt ab? Boah, guck mal, James, Junge, das ist mein Mann. Guckt ihn euch an, Leute. Er ist Leader, auch wenn er jetzt den Ball verloren hat. Nicht schlimm, Bruder. Renn zurück, guck mal da, wie schnell er zurückrennt mit seinem Playstyle Plus. Was war das denn? Hä? Chad, was war das? Alter, er hat... Ey, wie krass war... Aber das hat er ja nicht gewollt. Das hat er ja automatisch gemacht. Guck mal, jetzt Vinicius, Powersprint, wie gut. Oh, fast durchgerannt durch alle. Alter, wer war denn da so schnell? Boah, James, Junge, du bist so gut, wirklich. James ist so gut. Alter, das hat die für schöne Haare, Alter. Guck mal, James. Ja, einmal lobe ich ihn, er verkackt. Nein, Bruder, bitte nicht. Er kann nur passen von da. Deswegen muss ich zustellen. Boah, Coman ist auch brutal, Alter. Das merke ich schon direkt. Dieses Movement von Coman ist schon krass. Komm, Leute, blaue Herzen rein. Konzentration müssen hier gewinnen. Ich mach gleich Epic an, Alter. Es wird spannend hier. Nein! Ja, er grätsch perfekt rein. Elfer! Nein! Komm, wir machen das. Wir machen das, Chad. Come on. Nein! Das war so gut eigentlich. Da hätte einer nur stehen müssen und reinlaufen müssen. Let's go, Alter. Wie gut war das gespielt? Das Halbfinale. Gehen wir jetzt in die Epic-Liste rein, Digga. Wir brauchen jetzt ein bisschen Epic. Das war super gespielt, Alter. Ernesto wird immer besser in dem Game. Maurice James jetzt wieder da steht. Wie eine Mauer. Wie eine Mauer, Junge. Ja, Vinicius, Powersprint. Komm, Powersprint, schneller. Habt ihr das gesehen? Wie geil dieser Trick ist mit Vinicius. Da macht er danach diesen Powerantritt. Der ist weg. Merkt ihr das? Tack, tack. Und er zieht durch. Antäuschen. Nein! Der muss rein. Alter, Vinny ist so... Den Trick mache ich mit L1-R1 und rechten Stick in die entgegengesetzte Laufrichtung. Können nur 5-Sterne-Skiller die Ausführung. Bei den anderen sieht es anders aus. Nein. Oh, James. Ich schwör auf alles. Seht ihr das? Jede Aktion in der Abwehr. James ist da. Ich mein es komplett ernst, ne? Oh, das ist Fußball. Das ist Fußball. Boom. Geil war dieses Tor bitte. Dreieckspiel. Tack, tack, tack. Durchgesteckt. Außenriss. Lange Ecke. Tor. Wiesbottler dieses Jahr. Ruhe jetzt. Guck mal da. Rhys James. Da ist er wieder. Nein. Nein. Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Halbzeit. Es bockt gerade echt das Gameplay. Ohne Scheiß, ne? Man rennt gegen die Bande auch, ja. Guck mal, wie ich gestern gespielt habe. Wie ich heute spiele. Neuer Mensch. Wir sind ja drauf Halbfinale. Wir führen. Wir ziehen ins Finale ein. Komm. Oh mein Gott. Der hat mich einfach hops genommen mit den beiden Chayas, Alter. Oh mein Gott. Renato Sanchez, ne? Der macht so Fehler. Der muss raus. Bitte was? Wir haben Salah gesehen, wie schnell der war. Ey, Salah ist auch krank, ne? Komm, Vinicius. Mach Powerantritt. Wo ist dein Antritt? Er macht einfach nicht seinen Antritt. Oh mein Gott. Was ein Pass. Rüdiger. Oh. Wichtig. Was passiert hier, Alter? 91. war das. Junge, was ist das für ein Spiel, Alter? Nein. Ja. Ja. Kein Abseits, du kleiner. Endlich auch mal ein bisschen Glück. Ich dachte, safe Abseits. Aber der Ball kam ja vom Gegner. Deswegen kein Abseits. Das war ein typisches FIFA-Tor. Egal, nehme ich mit. Ist mir scheißegal, Alter. Guck mal, das ist Rhys. Rhys James wieder. Ey, der ist so gut. Was für faul, Alter? Ey, wie geht das? Wie geht das? Dieses Gottlo... Die Dreck... Du kannst doch keinem erzählen, Alter. Was das für ein Dreckstor war. Ich stehe da mit 140 Mann da vorne. Da kommt irgendein scheiß Dreieckpass. Und einfach faul, weil er die gestreichelt hat, Alter. Weil er die gestreichelt hat. Guck mal, die Lücke da. Ich sehe doch schon, Leao laufen. Ja. Ja, du... Du dreckiger... Natürlich in der 105. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Alter, klar. Ja, wo seid ihr? Wohin spielt er den Ball? Der... Ustensaft, Alter. Er legt sich den Ball wieder zu weit vor. Bitte. Neymar. Ja, klar. Gegen so einen Riesenschwanz da. Kannst nichts machen. Er legt sich den Ball im letzten Moment wieder zu weit vor, weil er den Keeper raus. Das haben die immer noch nicht behoben. Diesen Bug, Alter. Das ist unglaublich, Alter. Wirklich. Ich habe extra Sprinten abgebrochen. Es ist Leao. Ja. Oh, wieder zu ihm zurück. Ja. Wieder Abpraller. Wie vorhin. Ja. Ihr... Mit deinen Lucky... Du... Dein gottloser... Seid mal ehrlich, Chat, Digga. Das kann doch nicht sein, dass das vorhin ein Freistoß war, weil der die streichelt am Arsch. Ey, ich muss euch das doch mal zeigen. Es geht nicht mehr. Es ist niemals ein Faul, Alter. Ich will es sehen. Ich will es sehen, Digga. 1-2-2. Wo ist es? Hä? Oh, das war Dings. Okay, ja. Das hat er gut gemacht. Da sage ich nichts. Hat er gut gezögert, gewartet. Stark. War gut. Das war das 3-3. Wo war das denn, Chat? Ah, ne. Hier war das Verlängerung. Sorry. Hier war das. Guckt es euch an, Digga. Ey, wo ist das jetzt ein Faul? Bitte achtet drauf. Jetzt. Cascarinho am Ball. Hier. Ich gehe mit Reece James drauf. Wo? Wo ist das ein Faul? Er macht sogar noch so ganz leicht den Fuß dazwischen. Wo? Wo? Guck mal hier. Die blockt den Ball nach rechts ab. Ist er da auf den Fuß getreten oder was? Oh, neuerdings können auch Fouls gesehen werden, wo auf Füßen getreten wird. Von hier sieht es aber so aus, als würde er auf den Fuß getreten worden sein. Dann kann ich es verstehen. Jetzt. Was machen die Füße da rum? Was ist das? Hier ist er in die Ferse gegangen. Ach, Digga. Und dann, guck mal, wie da dieses Tor hier fällt. Guck mal, wie es da fällt. Ich stehe mit fünf Männern. Guck mal, wie viele. Wie viele. Und dann, guck mal, wie viele. Und dann kommt ein Pass genau durch die zwei da durch. Ist das krank, Digga. Das ist wirklich krank, Alter. Guckt euch mal das Tor jetzt noch an hier von Leao. Guckt euch das jetzt an, bitte. Guckt euch mal, wie der Leao da durchzieht. Okay, das ist krass. Das ist stark. Ist ja auch frisch. Ist völlig okay. Aber dann, guck mal, schießt der Torwart prallt genau ab. Absolut unnötig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.